Machen die auch jeden Tag den Uhu-Hu-Hu-Hu-Tanz? Eigentlich müssen wir einfach nur so gemeinsam nebeneinander fahren, ne? Dann brauchen wir keine anderen Geschütze, ne? Ja. Du musstest ja auch schon T2 und T3 fahren, ne? Ja, aber nicht dauerhaft. Katiri. Ich glaube, wenn du diesen Motorboost hattest, ne? Ja. Hier auf dieses Schiff statt dieses mit den... Fliegern. Nicht mit dem Flieger. Ich meine, statt diese Ruderstellzeit verkürzen, du musst das Schiff doch abgeben wie Hupe. Klingt rechtlich doch keine Torps mehr. Ja, aber... Wo? One-Shot. Hinterm Berg. Und für der One-Shot. Scheiße, ich hab zu früh gefeuert. Pfff. Pfff. Ich hab mal mit HE in BB gewonnen schon. Doppelzitter. 32.000. Ey, du, wie machst du das? Ich komm nicht mehr über den Berg. Ey, warum hat der hier so 4.000 Leben? Meiner. 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 Als nächstes mach ich jetzt die Edinburgh. Oh, die bleibt stehen, ne? Die nebelt. Dann fährt die bestimmt rückwärts. Dann fährt die bestimmt rückwärts. Und... Torn kaputt. Fuck. Abrell und 2 Euro-Pens. Pfff. 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 Was hab ich gerade versenkt? Kutu. Ich hab auf die Edinburgh gezielt. Pfff. Ich denke gerade... Hä? Wo kommt denn der Kill her? So... So wenig Schaden. Was hast du denn mit der armen Edinburgh gemacht? Pfff. Alter Schwede. Diese random Kills einfach. Ohne zu zielen. Unser Team lässt uns mal wieder alleine. Wir sind 2 GKs und einen Hindenburg und eine Mino. Oh, wo denn? Wo ist denn? Ach so, dass sie hinbogen? Ich hab die gar nicht gesehen. Die sind hier die 10er. Ey, ich liebe Tarnmeister, ne? Ich will auch... 15,9 Aufblick. Wie viel hast du schon gemacht? 43.000. Ich bin gerade bei 8.000. Und? Ja, erstes Blut immerhin, ne? 17.000 auf dem Friedrich. Null. Der ist ausgewichen dank der Torbordenbahn. Alter. Gibt's doch nicht. Immer wenn ich schieße, müssen die ausweichen, ne? Gibt's doch nicht. Immer wenn ich schieße, müssen die ausweichen, ne? Ich hab gerade geschossen und ich hab gerade kurz die Alienwork gesehen. Ich hab's an die Kreuzer weitergeleitet, dass die da zielfokusten sollen, weil das fast tot ist. Das ist gerade fast perfektes Teamplay von uns hier. Mhm. Ich hab 16k gerade, weil 11 Treffer an. Besser als letzte Runde. Ah. Ja. Ich seh' ne Monarch brennen. Ich seh' ne Monarch brennen. Ich seh' ne Monarch brennen. Ich hab' auch noch nie geschafft bei den Dingen zwittert der Erde. Irgendein Bock. Nein. Ne Monarch. Ich mach' nur Du-Wapens oder gar nix. Also die hat irgendwie ne komische Panzerung, muss ich sagen. Eigentlich schon wieder allein in den Tod? Oder allein in die Gespitze? Ja. Ich muss ein bisschen einlenken, sonst hätte ich ne HE-Schwelle eingerassiert. Kann sein, dass der Gegner immer großzügig zu dir fährt? Jo. Okay. Bam. 9k. Oftmals breitseite. Geht's ehrlich? Ich hab' keine Flugaufwehr mehr. Wir sind in der Gegner. Gehen wir in diese Weise. Ich hab' noch fast komplett verlaufen. Geht'schen die mal schließen. Haben die eigentlich schon mal auf dich geschossen? Ja. Ich hab' 20.000 Schaden kassiert. Oh, die eine Hindenburg. Ich hab' das gefunden. Ja. Opfer. Ey, ich treff' sie nicht. Opfer gefunden. Target Lob. Ey, jetzt gibt's nicht, ne? Ich treff' sie nicht, beim Rückwärtsfahren. 8.000 Euro. Nix zielt auf mich. Nee, das zielt ziemlich viel auf mich gerade. Ich bin hier so komplett breit zu denen. Ich brenne dafür schon wieder. Ohne breit selber zu zeigen. Ich mach nur Abbrader, das ist doch nicht mal normal hier im Spiel. Komm schon mal da, schlareck. Ey, guck mal, wie viel die mir absieht mit HE. Die geht überhaupt nicht auf dich. Ja. Die denken so, die kill mich nicht, auf die muss ich nicht gehen. Ey, das ist nicht normal, ich mach kein Damage mehr. Ich mach mal einer Friedrich, Abbrader. Und ne Kanone hol ich nur weg. Ich bin tot. Oh shit. Hä? Was auch noch? Wir sind grad irgendwie aber auf die größten Volltrottel so vom Team. Wo ist eigentlich unser Team? Da hinten. Sieh so. Die verteidigen A und C. Pfff. Ich geh nur durch HE mal drauf, ey, ist schon immer normal. Ich bin nur durch HE und Torpedos und AP. Eben verreckt. 13.000 auf dem Friedrich. Oh, ho, ho, ho. Irgendwann schlinde ich mehr mit meinem Spiel. Sech, sie müssten mal aufgedeckt werden. Ich drehe mal um zu dir. Ey, wir ziehen hier mal gut zum Rückzug, ne? Da. Drehen wir um? Ich drehe, also ich hab grad gesagt, dass ich wegdrehe. Achso. Ich komm so zu dir. Oder bisschen, also bisschen weiter weg, so. Ich bin grad bei 50k eigentlich. Ah, 107.000. Ja, hab ich dich ja fast eingeholt, ne? Ich hab aber auch grad ne 214.000, aber schade noch nicht. Ach, Wirbelsturm, geilo. Geilo. Das ist geil, gerade. Ja, ich mach kein Schaden gegen Friedrich. Was soll denn das? Können wir in den feindlichen Cap rein, oder? Oh, sie geht so leicht. Äh, warte. So. Ab nach A. Ja. Ey, wenn ich doch meinen Flieger jetzt starte, ne? Oh. Oh, wo sind die Bomber? Hä? Wieso sehe ich die Bomber nicht? Die sind bei mir grad auf zwei Kilometer aufgeploppt. Hä? Müsste ich die nicht eigentlich sehen? Nein, die haben drei Kilometer und sind weg. Ich hab noch 25 kurze, 32 mittlere und 98 langen. Ich hab nur noch sechs kurze, 97 mittlere und 140 langen. Ich hab mal meinen Ausklärungsflieger rausgeschickt, ne? Also, auf Flugabwehr geskillt, bringt der Kurfürst nur am Anfang was. Ich bin besser auf Secondary, ne? Ich komm, bis ich besser klappere. Scheiße, ich hab einen Secondary Tomgel verloren. Ich hab vier verloren. Wo ist das ganze Gegner-Schritt-Team? Er versteckt sich vor uns. Warte mal, er ist in der Nähe von diesem Hügel. Dann zieh ich ein bisschen ab. Er fährt gerade in Richtung... Da! Das ist Mathematik, was ich gerade betreibe, ja? Ich weiß, ich hab sowas schon mal gemacht. Es hat nur noch eine Run gelebt. Wirbelsturm, die waren 9 Kilometer oder 10 Kilometer entfernt. Ich hab einfach mal random dahingeschossen mit dem Friedrich. Oh. Ich hab den getroffen. Ähm, kommst du mal ein bisschen näher zu mir? Ich glaube, wir treffen gleich auf einer Friedrich. Ja, die sind bei mir eher. Oh. Die Karte ist verwirrend, wenn sie sich die ganze Zeit mitdreht. Ich hab das ausgestellt, dass sie sich mitdreht. Aber eigentlich müssen die doch auch eher sehen mit den Aufklärungsflieger, oder? Mhm. Die werden früher durch den Flieger mal aufgedeckt, wenn der da gerade lang geht. Äh. Willst du mich jetzt verarschen? 30.000 mit 10 Treffern. Ich hab nie so ein Glück. Oh shit. Aber heute darf er... Ist der ja ganz schön nah an dir. Vielleicht kann ich schießen. Ja. Vielleicht kümpt er. Ich mach Overpants. Deckabpraller. Ich mach'n Abpraller auf dieser Seite, ne? Ich mach'n Abpraller auf dieser Seite, ne? Ah. Mann. Mann. 154.000 Schaden. Ich hol' nicht mal einen Flieger runter, ne? Das wird wehtun. Vier Feuer. Nicht mal einen Flieger runtergeholt. Ist das denn ernst? Hm. Nein. Ey, das CW soll mal den anderen spotten. Das wär' schön. Ich glaub' bringt ja jetzt aber grad auch nix. Warte mal. Nein, bock. In bock. Ich werd' sterben, ne? Abpraller. Ja, ja. Hat ich auch. Und die steht frontal, ne? Die torte ich jetzt nicht einlenken. Kann ich anders. Ich muss einlenken. Ja. Warum treibst du meine Geschützteil nicht mehr? Ohohoho. Hast du Glück, oder? Zwei werden treffen. Einer. Keiner. Hohohoho. Taktisch gutes Einlenking. Alter. Hätt' ich nicht eingelankt, hätt' ich glaub' ich mehr gefressen, ne? Dann hätt' du gar keinen gefressen, wahrscheinlich. Ah. Oh, ja. Jetzt. 30.000 dp und ich hab' Jetzt nix hier nur noch mal Auftrag frei. Ey, ich hätte diesen Auftrag nehmen sollen, ne? Fireproof. Aha.